So, dann machen wir mal ein paar Schussübungen. Leider Gottes nur ein schlechtes kaputtes Scope, aber das muss jetzt einfach ausreichen. Ich habe jetzt auf 300 Meter geserot und werde mal schauen, ob ich den Zombie da hinten treffe. Also ich habe eigentlich einen Arsch voll Munition dafür gefunden, für die Waffe. Und mal schauen. Leider geht das Long Range nicht drauf, auf diese Waffe, auf die SKS, aber egal. Testen wir das mal. Gehe ich mal mit meinen DPI runter und dann können wir genauer zählen. Okay, und. Ich habe nichts gesehen, ich weiß nicht, wo es hingegangen ist, keine Ahnung. Ich bin aber nochmal rechts vorbei, okay. Also genauer Schießen ist hier irgendwie nicht drin eigentlich. Okay. Habe ich also ein paar Schüsse gebraucht. Acht Stück waren drin, fünf Stück habe ich gebraucht, um den da hinten zu treffen. Ja, hm. Das Scope ist halt leider ein bisschen schlecht. Dadurch fehlt mir die Möglichkeit, ähm... zu sehen, wo die Schüsse einschlagen. Weil wenn es in irgendwo einschlagen und gerade ein Riss ist, dann sehe ich das halt nicht. Ja. Ich suche mal ein neues Ziel. So, in dem Fall ist der Gegner gar nicht so weit weg. Aber ich bin der Meinung, man sollte es auch mal auf Midrange ausprobieren. Vielleicht schieße ich ja trotzdem daneben. Aber ganz klar, da schießt er nicht vorbei. Gucken wir mal, ob wir noch ein weiteres finden, das etwas weiter weg ist. Ja, und da haben wir schon das nächste Ziel. Direkt vor uns auf dem Punkt drauf. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Oh, jetzt genau... Links daneben, neben dem Punkt. Ah. Ja, jetzt da drüber. Ich habe jetzt wieder 300 eingestellt. Und... Dann schauen wir mal, ob wir den nicht treffen. Na, komm. Links vorbei. Ah. Langen wir mal nach. So. Warum habe ich nicht... Na, also, dritter Schuss. Also, ich schieße mich langsam ein. Das sind auch gerade meine ersten Schüsse mit der Waffe. Ich dachte, ihr seid einfach mal dabei, während ich hier übe. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Seht ihr, wie schlecht ich bin? Nein, ich werde natürlich besser. Selbstverständlich. Ich schieße mich ja schließlich ein. Und... Dann würde ich auch gucken, dass ich diese Waffe so zu meiner Hauptwaffe mache. Warte, die nicht auch noch treffen? Ja. Damit ihr mal seht, wie weit der weg ist, ja? Da hinten, da hat der hier liegen. Warte mal. Da kommt ein Korb da angelaufen. Na, komm du mal. Und tschüss. Na, also, es geht doch. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Kommentieren, kommentieren, kommentieren. So viel wie ihr könnt. Fragt mich. Sagt was. Egal was. Und abonnieren, dann seid ihr immer auf den neuesten Stand, wenn mal wieder ein Special kommt für irgendwas Neues oder neue Let's Plays oder ein neues DSU-Video. Also, bis dann. Tschüss. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Dann.